willkommen zur weihnachtlichen trash fest krampus kritik nachdem ich jetzt noch mal einen blick drauf geworfen habe auf die zuschauerwertungen die jetzt erst freigegeben wurden also jetzt praktisch das rennen eröffnet und die wenigen kritiker dieses teil bisher angeschaut haben teilweise wurde es nicht gescreen für kritiker das gilt immer so als schlechtes omen dass praktisch auch gott wenn die publisher da noch nicht mal einen scheiß drauf geben was die kritiker denken dann müsste ich ja ein ganz ganz schlechter film sein und meistens ist es auch so aber teilweise haben sich einfach haben sie einfach keinen scheiß drum gegeben großartiges preview screenings zu verbreiten also es gab angeblich ab und zu schon welche zu sichten also alles in allem ohne jetzt selbst meine wertung vorweg zu geben hoffe ich jetzt mal inständig dass keiner wirklich großartiges erwartet weder von dem film jetzt noch von dieser kritik ich denke was ich zu verifizieren habe ist um diesen film zu schauen und ihn auch nur halbwegs genießen zu können wenn ich es jetzt so nennen darf muss man ein fable für solche filme haben muss man fable haben für so zeug wie gut wenn ich jetzt sag wenn ich jetzt sag chucky die mörderpuppe dann ist es fast ein bisschen fies aber aber schon so ein bisschen in die richtung also es muss schon so ein bisschen in die richtung gehen das sollte man mögen so eine art von film auch ebenso mit dieser weihnachtsthematik ich glaube sogar sogar chucky hatte ja auch diese weihnachtsthematik zumindest der erste film interessanterweise das ist nicht jährlich dass sowas stattfindet dass solche filme veröffentlicht werden vor allem dass ich schon mal dazu kommen solche filme zu sehen aber ab und an kommen solche filme raus und krampus findet jetzt eben in diesem reigen statt von entsprechenden so trash fest filmen zu diesem anlass und dann also ich kann leuten garantieren wie gesagt abseits dessen wie ich den film bewerte gut oder schlecht wenn leute daran interessiert sind kann ich jetzt vom box office her noch nicht sagen weil das ist auch wieder ein internationaler release der kommt jetzt überall auf der welt jetzt erst raus da kann ich noch nichts dazu sagen wie gut das teil ankommen wird wobei er sicherlich bis zu einem gewissen grad untergehen wird gegen das zeug was jetzt draußen ist also immer noch mockingjay bis zu einem gewissen grad immer noch 007 alo und spot da glaube ich wird das teil jetzt nicht viel absahnen können für seine verhältnisse aber wie gesagt man sollte auf sowas stehen das hat man keinen spaß mit dem film und die meisten leute in meinem kino waren sich dessen bewusst also die leute die mit mir drin hocken ja im gegensatz zu im herzen der see war ich jetzt nicht allein im kino und insofern konnte ich sehen okay die leute wissen auf was sie sich dahin lassen das ist ein ganz ganz wichtiger faktor das möchte ich zu anfang genannt haben weil ich sonst nicht großartige ausfertigung zu dem film bringen kann ich weiß einige leute haben mich darum gebeten über michael dohertis erstes werk zu reden trick or treat keine ahnung habe ich nie gesehen ich wusste nicht mal dass das teil gibt also auch ich bin nicht immer ein wandelndes filmlexikon okay da muss ich an der stelle einfach den joker ziehen und sagen ne sorry habe ich nie gesehen kann ich nichts zu sagen springen wir gleich zum film ich war sehr angetan von der anfänglichen note des films wie gesagt mir mir war klar das wird das wird also was ich mir wünschte war okay es ist ein trash fest okay es ist ein slasher movie in dem sinn die charaktere werden nicht super sympathisch sein oder so das war mir alles bewusst im grunde insofern setzte ich auf die practical effects ich dachte mir okay woran ich mich hauptsächlich erfreuen möchte ist practical effects und ich musste dann zum zweiten akt schon mal den herben schlag hinnehmen dass ein haufen cgi dann mit dabei war ich meine sie haben sich sehr bemüht das ganze practical zu machen und das hat auch bis zu einem gewissen grad gut funktioniert also was dann diese 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 killer lebkuchenmännchen die komplett cgi sind und nicht wirklich gut ausschauen der krampus ist zum teil auch so ein bisschen cgi wenn er dann so von haus zu haus springt ansonsten haben sie ihm zum glück practical gemacht das war dann wieder positiv zu verzeichnen aber ich sagte das war so ein bisschen ein backlash den ich bekommen habe im verlauf des films vor allem zum zweiten akt hin aber es war eine wunderschöne note zu anfangen dass sie also ein grandioses opening hatten und das in so eine interessante note gefasst haben dass sie dieses lied ich weiß nicht mehr wie das wie es ging oder wie der titel war aber die hauptmessage die über diesen song gespielt wurde war halt eben it looks like christmas is coming to town und wie gesagt halt ganz feucht fröhlich und mit dieser totalen ehrlichkeit in diesem uralten song drin es ist einfach was eine schöne zeit ist die man teilen möchte du siehst dann all diese leute die in das kaufhaus stürmen und sich gegenseitig halbtot prügeln und die kinder die auf des weihnachtsmanns schoß weinen und die kinder die sich fetzen und eltern die sich um geschenke prügeln und das und an den kassen stehen und nur die augen verdrehen und einfach wollen dass es weitergeht und es nur noch um die moneten und nur noch um den zaster nur noch um den schnürten mammon geht und genial absolut genial das war das war fantastische real satire und eben eben in eine wunderschöne note eingefasst zu anfangen und auch ganz am anfang wenn eben diese warum warum wirklich so weit auf die linke seite hier ich war auch beeindruckt davon wie zwar all diese charaktere ja leider so unsympathisch waren wie ich meinte vor allem natürlich eben in dieser grundattitüde die der film fährt zu sagen nein oh gott schau schau dir an wie sich diese familien fetzen und wie sie nicht miteinander klarkommen mir war klar dass man da animositäten bilden muss und ich ich wusste das zu akzeptieren aber bis zu einem gewissen grad vor allem in den zweiten akt rein wussten all diese figuren doch ein bisschen herzlichkeit zu zeigen und sich vor allem zusammenzuschließen in dieser situation wo jetzt keiner weiß was jetzt eigentlich abgeht die tochter geht dann raus möchte zu ihrem freund gehen der strom ist ausgefallen sie möchte schauen wie es ihm geht rein das ist das ist schon eine nette note nicht irgendwie aber ich will hier nicht bleiben ihr seid alle doof ich gehe jetzt raus sondern du hey shit wir wissen eigentlich nicht was hier draußen abgeht wir haben keinen strom mehr sogar das handy netzes ausgefallen ich habe eigentlich jemanden bei dem ich jetzt lieber wäre um dessen wohler gehen ich mich sorge ich will jetzt zu dem hingehen das war revolutionär für so eine art von film finde ich persönlich und wie gesagt all diese charaktere hatten so diese kleinen trademarks und das war nett dass das war alles nett und süß und das hat mir echt gut gefallen und ich war eben wirklich erstaunt wie gut sie das geschafft haben so eine typische weihnachtsfeier die ich jetzt zum glück nicht miterleben muss aber wie gesagt mir ist es bewusst dass es andere familien miterleben müssen und habt es zum teil auch live schon mitbekommen insofern war das schön eingefasst es war wie gesagt es war es hatte so eine real satirische note so wir flippen jetzt nicht total aus aber wir zeigen so ein bisschen so diesen diesen schwarzen kern unter all den gelanden und all dem lametta das 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 über diesem diesem gesellschaftlichen moloch hängt und das war das war cool das hat mir sehr sehr gut gefallen und die längste zeit hin war ich über den ersten akt hinweg wirklich fast mit dabei dem teil eine sieben von zehn punkten zu geben weil ich mir gedacht habe das ist echt nicht das ist echt eine strunzdoofe grundidee die echt eine tolle ausfertigung verpackt wurde und das dauerte ungefähr würde ich sagen bis die großmutter ihre story erzählte oder als die großmutter die story erzählte zum ende des zweiten aktien wurde es dann wieder besser als der zweite akt so ein bisschen absagte weil wir haben dann eine komplett animierte sequenz wo dann die großmutter erzählt wie der krampus damals schon zu ihr kam so in zeiten des zweiten weltkrieges ungefähr halt wahrscheinlich und dann ihre ganze familie mit sich nahm weil sich sich damals die großmutter als kleines mädchen gewünscht hatte die hoffnung aufgab und in den kamin den wunsch gefeuert hat dass ihre familie verschwinden möge und der krampus hat sie dann mit geholt das war das war so affengeil gemacht ich muss wirklich sagen der film wäre wesentlich besser gewesen wenn sie das alles zu so einem animierten also so eine art so so corbs pride nightmare before christmas tim burton film gemacht hätten dann wäre das affengeil gewesen der film aber diese kleine sequenz war wirklich nett weil zum zweiten akt hin fand ich mich dann damit ab okay das ist nur eine sechs von zehn was der film der film ist einfach okay es ist einfach okay sie gehen jetzt raus und der krampus wir sehen wir um das auto rum stapft wo sich die tochter versteckt hält und dann haut er ab und oh er lässt dann diese spieluhr zurück und dann wird das mädchen doch gekillt und das ist alles so 08 15 ich habe schon tausend mal gesehen dass ich wirklich so bereit war zu sagen nee es ist doch nur eine sechs von zehn vor allem was mich tierisch ärgerte zum zweiten akt hin war dass es so einem home invasion movie wurde das praktisch okay die charaktere müssen sich jetzt im haus verschanzen und das einzige was sie wirklich also lang gestrecktes minuten lang tun ist einfach es ist alles dunkel und sie irren da jetzt rum ganz gemächlich und ganz langsam oder knackst es irgendwas in der ecke es war doch nix sie drehen sich um das sind es die killer lebkuchen männer und es ist es war so abgesteckt es war so ein tribe ich war enttäuscht bis dahin und das problem ist der dritte akt hat mich richtig richtig angepisst der dritte akt war wirklich ein haufen hühner scheiße und hat mich wirklich fast dazu gebracht im film fünf von zehn zu geben ich war wirklich brutalst enttäuscht weil der dritte akt ist wenn wir uns dann endlich mit dem krampus auseinanderzusetzen haben eigentlich was es stattdessen bringen ist oh er hat jetzt diese ganzen helfer self hat es da helfen und hat da so ein paar monster die er dann in dieses haus steckt und es geht es geht absolut nichts weiter wir haben keine charakterentwicklung mehr wir haben keine wirkliche konklusion die leute sterben zum einfach weg wie wie die fliegen wir erfahren nicht was irgendwie die schwäche des krampus ist oder was ihre aufgabe ist sie haben keine aufgabe sie rennen nur noch weg von dem krampus sie können nichts mehr tun sind diesem fisch total ausgeliefert werden einer nach dem anderen praktisch weggepickt und in die in die hölle befördert oder was auch immer der story plot point war und sie sie können nichts tun und letzten endes steht dann der kleine junge praktisch da und und als seine familie ist letzten endes tot und das interessante ist dass der film dann ausblendet zu einem black frame und ich bin mir hundertprozentig sicher dass der regisseur das da eigentlich enden lassen wollte aber das aber das team hat dann gesagt nee okay das können wir nicht bringen wir müssen dann hinten nach noch eine szene anfügen und das ich meine gut dass es getan haben weil das ende wäre so per se wirklich auch auch müll gewesen aber das was sie hinten ran getackert haben ich meine ich möchte es jetzt nicht spoilern aber es ist halt so die typische es war es ist halt so die typische oh alles scheint verloren und dann es war alles nur in rum bis ich weiß nicht ob leute jetzt sie sich zusammen reiben können was ich meine aber es war und es war die die beschissenste auflösung ever weißt statt stattdessen dass sie sich was einfallen lassen etwas vor allem wir haben dann die alte omi die dann krampus konfrontiert und ich denke mir du holy shit weißt du wir kriegen da jetzt einen coolen dialog zwischen den beiden und was es wirklich in weihnachten geht und das ich habe mir da den den abgefahrensten scheiß zusammengreifen nein er kült sie einfach ich denke mir wofür waren das jetzt wir hätten einfach die omi die tür schließen lassen können und dann explodiert das haus und das wäre wesentlich cooler dann wenigstens gewesen und ich denke mir das ist sie machen das so einen elend langen bild ab und er steigt dann aus dem blöden kamin und dann okay er killt die omi das ist wofür waren das jetzt gut man das war so enttäuschend und hat mich echt richtig richtig angepisst weil der film hatte das potenzial auf eine 7 und hat es verkackt gegen ende hin und das war der film nimmt sich gegen ende hin auf der einen seite zu ernst aber auf der anderen seite hin nicht ernst genug als dass er das zu einem wirklich schönen ende bringen könnte mit einer tollen message sondern am ende das war ich ich weiß nicht es ist das ende hat mich echt angekotzt also man muss da eine dicke haut haben um das weg stecken zu können ich gebe dem teil gerade noch so eine 6 von 10 als es war es war okay es war ganz nett zum anschauen also meine sammlung kommt es bestimmt nicht aber es war es war es war machbar es war machbar aber ich habe mir nach dem richtig guten anfang habe ich mir einfach ein bisschen mehr inerwartet aber leute müssen selbst schauen ich denke alle leute wissen was der was die nächste filmkritik sein wird das wird dann nämlich der der richtige weihnachtsfilm dieses jahr ich hoffe dass sich leute schon darauf freuen und macht's aus krampus was ihr könnt